Schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. Wenn du keines mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der flammende Baum Es irrten einmal zwei Kinder durch einen tiefen Wald. Die frühe Winterdämmerung sank draußen über Berg und Tal und zwischen den Stämmen breitete sich schon schauerliche Dunkelheit. Es galt, die alte Fahrstraße im Walde zu erreichen, von der dann ein Hohlweg nach dem Dorfe ging. Ganz nahe musste sie doch sein. Die Kinder waren vor ein paar Stunden von ihr ausgegangen, hatten ihre Säcke voll Zapfen gelesen und waren dann umgekehrt. Aber in der sinkenden Dunkelheit war plötzlich alles ganz verwirrt. Unsicher und ungeduldig tappten sie durch den Wirrwarr der Stämme. Tastend krochen sie durchs Gestrüpp und Gebüsch. Der Knabe, der der Führer sein wollte, schrie in seiner herrischen Art bald ein Komm! Bald ein Bleib! Bald ein Hier! Hierher! Bald ein Dort! Dort! Dem Mädchen zu. Und sacht und sanft folgte die Kleine, ohne Vorwurf, ob der Knabe sie auch immer tiefer irre führte, über Wurzeln und Steine, in Dornen hinein. Der laute Junge, der so sicher und trotzig tat, war im größten Bange. Und mit Recht. Denn die Kinder hatten sich wirklich ganz und gar verlaufen. Sie tappten weglos umher. Immer, immer zu. Das kleine Mädchen ängstigte sich, ohne sich's merken zu lassen. Heiß um seine Eltern, die es in Sorge wusste um seinetwillen. Sie war mit dem Jungen gelaufen. Wie immer, wenn der befehlshaberische Junge sie bat. Seit sie denken konnte, war's so. Von dem ersten Lebensjahr an war sie seine Spielgefährtin. Ihre Mutter hatte als Mädchen auf der Burg gedient, als es droben noch eine Herrschaft gab. Gerds Eltern. Die waren nicht mehr. In einem wilden Kriege war das Schloss geplündert, verwüstet und niedergebrannt worden, die Herrschaft gemordet. Verwandte besaß Gerd nicht. Mit dem früheren Kastellan, einem steinalten Mann, lebte er zusammen auf Gemeindekosten im Armenhaus. Ob er eine Stunde früher oder später zu seiner schmalzlosen Abendsuppe und seinen Prügeln dorthin kam, darum war's ihm nicht. Ihm war's nur um das Mädchen. Dass er immer rauer anschrie, je mehr sie ihm leid tat und je mehr er sich um sie sorgte. Als die Kinder so ein paar Stunden in der Not zugebracht hatten, stachen jährlings ein paar scharf glitzernde Lichtstrahlen durchs Dunkel und wurden zum gleißenden Schein, der sich rasch, übermächtig stark vergrößerte. Schon nach ein paar Schritten schwamm der ganze Wald in überhellem Licht. Und dann standen sie auch schon vor dem Kernpunkt des Leuchtens. Erschauernd, gebannt. So etwas hatten sie nie gesehen. Mitten zwischen franzigen Tannenriesen stand auf einer mosigen Waldblöße ein winziger Baum, kaum zwei Spannen hoch. Ein Tannenbäumchen, das aus sich selber Flammen trug. Hätte es damals schon die Sitte der Weihnachtsbäume gegeben, so hätte man denken müssen, ein zauberischer Christbaum sei's. Acht Zweige hatte es. Auf jedem Zweig und auf jeder Spitze stand je eine starke, steile Flamme und brannte ruhig und steht mit unbeschreiblicher Flammenkraft, mit unirdischer Heller. Flammen nie gesehener Art. Je mehr die Kinder hineinblickten, je mehr jauchzten ihre Herzen. Diese Flammen brannten anders, als alle Flammen von Lichten und Öhlampen daheim. Anders als die der größten Wachskerzen in der Kirche. Sie strahlten wie die Sonne und alle Sterne zusammen und doch blendeten sie nicht. Die Kinder sahen mit weit offenen, entzückten Augen klar und ruhig in ihren Glanz. Das kleine Mädchen war ganz bleich und hatte die Hände gefaltet. Auch dem Jungen lief ein Schauer von Andacht, heiß und kalt über den Rücken. Er wagte kein Glied zu rühren. Er glaubte, Gott selbst in dem Leuchten zu sehen. Aber das war ihm beinahe unerträglich. Und es war ja auch Unsinn. Mit Gewalt zerriss er's, was ihn so herrlich und himmlisch überkam. Halb verlegen, halb voll wilder Lust, senkte er den Kopf an des Mädchens Ohr und raunte flüsternd, Du Meider, wir wollen den Baum ausreißen und mit nach Hause nehmen. Der leuchtet uns fein. Indem er die Worte sagte, empfand er tief erschrocken ihren Frevel. Denn der flammende Baum war doch wie etwas von Gott. Herrlicher, himmlischer noch erhob sich sein Leuchten jetzt. Der Glanz verstärkte sich und jede der wunderbaren Flammen richtete sich steil und groß auf, wie ein strenges Verbot. Voll entsetzen hatte auch das sanfte kleine Mädchen dem Jungen zugeschrien, Gerd, das tust du nicht. Aber das alles schürte gerade des Jungen aufsässigen Sinn. Ein harter Trotz bäumte sich in ihm auf. Er hatte viel wilde Not erlitten in seinem jungen Leben, viel Furchtbares gesehen. Ein Trieb des Auflehnens und Zerstörens war wie ein Gift in ihm. Was da? Sollte ein winziger Baum? Keck streckte er die Hand nach ihm aus. Nun wichen die Flammen fast waagerecht vor seiner Berührung zurück, wie in stolzem Versagen. Das reizte ihn vollends toll. Er packte mit rauem Griff den Stamm. Da fasste ihn das Mädchen mit aller Kraft seiner kleinen, kräftigen Hände zwingend am Arm. Tu's nicht, tu's nicht, widerstehe! Bad sie lautvoll heißer Inbrunst. Er sah sie ganz erstaunt an. Wie seltsam sie aussah. So schön. Wie überirdisch stand sie im überirdischen Glanz des Baumes. Eine andere schien sie ihm, als die er je in ihr gesehen. Ihre mageren Zöpfchen lagen schlicht und glatt wie immer ums magere Gesicht. Ihr Jäckchen, ihr Röckchen war geflickt und alt. Aber wie fremd, wie edel sah sie dennoch aus. Wie zwangen ihn ihre schimmernden Blicke. Er wollte sich rasch losmachen von diesen Blicken. Aber mit einem Male fasste ihn eine heilige Angst, überkam ihn die Einsicht, dass er den flammenden Baum wirklich auf keinen Fall anrühren und schädigen dürfe, wenn er nicht das Heil seiner Seele verlieren wolle. Ein gewaltiger Kampf begann in ihm. Ein Kampf, wie er nie einen gekämpft. Er wollte. Wollte nicht. Wollte. Es lockte ihn wie ein wilder Zauber, den wunderbaren Baum nun erst recht an sich zu reißen. Sein besserer Wille stemmte sich. Und mit festem, selbstständigem Entschluss riss er sich wirklich zum Guten empor. Es kostete ihn die äußerste, alleräußerste Kraft. Er widerstand. Er ließ die Hand mit jähem Ruck von dem flammenden Baum. Das Mädchen an der Hand nehmend, ist er rasch aus dem Lichtkreis mit ihr zurück in den dunklen Wald gegangen. Siehe, der war nicht mehr so dunkel. Weithin, viel weiter als vorher, leuchtete der flammende Baum. Die beiden Kinder fanden rasch den rechten Pfad, kamen unter Abendläuten ins Dorf. Und dieser Weg war der glücklichste, den der Junge bisher gegangen war. Es war ihm so wohl, so licht und leicht zu sinnen. Die Kinder sprachen kein Wort. Sie führten sich nur an der Hand und waren froh, dass sie einander hatten. Am Abend auf dem Stroh im dunklen Armenhausstübchen hat Gerd die Sache flüsternd dem alten Kastellan erzählt. Der wachte auf aus seinem trübsinnigen Dämmern zu aufflackernder Lebendigkeit und kündete seltsame Dinge. Er hatte einmal in ferner, ferner Zeit von den flammenden Bäumen im Walde erzählen gehört. Sie seien Bäume des Glückes. Die sie säen, seien Auserlesene und jede Flamme bedeutete für sie eine große Freude. Da reute den Jungen fast sein standhafter Widerstand. Er schien ihm weiter nichts für die Folgezeit genützt zu haben. Gerd war und blieb nach wie vor des Dorfes unverschämtester Schlingel. Das ganze Dorf war voll davon, mit ihm sei es nicht auszuhalten. Von ihm, dem früher bevorzugten, jetzt auf ihre Barmherzigkeit angewiesenen, erwarteten die Leute doppelte Demut. Aber der vermessenste, verwegenste Streich war dem Ausbund jetzt noch mehr als früher der Liebste. Er schlug zu, wenn man ihn schlug. Er sprengte Bohlen und Riegel, wenn man ihn einsperrte. Des reichsten Bauernbestes Pferd fing er sich nachts von der Koppel und jagte mit ihm im wilden Ritte durch die mondhelle Welt. Statt im Armenhaus schlief er in den höchsten Wipfeln der höchsten Eichen. Einst sogar, ohne Scheu vor dem Heiligtum, auf der Kanzel der Kirche. Er lief hinter die Schule. Er lief dreimal aus der Lehre. Erst vom Bäcker, dann vom Schuster, dann vom Schneider weg. Er hielt es nirgends aus. Beim Huf- und Waffenschmied hat er es dann endlich ausgehalten. Drei Jahre lang war er dort Lehrling und stand nun nah vorm Gesellen. 20-jährig war er damals. Ein starker, muskelstraffer, zornheftiger Mensch. Da kam er in einen Streit, der schlimmer endete als die unzähligen, durch die er sich bisher, wohl oder übel, durchgeschlagen hatte. Die Ursache dieses Streits war Meider. Ein frecher Mund verhöhnte das Mädchen in schamlosen Worten, weil sie es immer noch mit Gerd hielt, mit Gerd ging, wenn Gerd sie darum bat. Ja, die bescheidene, Sitzsame, die mancher im Dorf gern zu seiner Frau gemacht hätte, war die einzige, über die gerade Gerd gebot. Gerd, der verachtetste Bursche. Gerd, der nichts galt, der nichts zu sagen hatte. Die ganze alte Macht war es noch aus der Kinderzeit, aber auch nur bis zu genau derselben Grenze. An der angelangt, gebot das Mädchen dem Burschen mit einem einzigen Wink ihrer Augen. Sie hing an ihm. Sie begleitete ihn. Manches Mal sogar bis ins Wilde, gefährlicher, aber auch nicht den kleinsten Schritt ins Unrecht hinein. Oft hat sie in gefährlichen Augenblicken als Warnerin vor ihm gestanden. Dann war es wieder als stünden sie beide nebeneinander vor dem flammenden Tannenbäumchen, wie in der Kinderzeit. Und es reizte ihn ordentlich, sie so zu sehen. Es reizte ihn, die Gelegenheiten herauszufordern, reizte ihn, seine wilde Natur in den Kampf mit ihrem Widerspruch zu führen und daran seine Kraft zu erproben. Vor allem, es reizte ihn dann, in ihr Gesicht zu spähen, heimlich zu forschen, zu suchen, ob er wohl noch einmal, einmal den Ausdruck darin finden könne, den sie an jenem Abend besessen hatte. So hatte er sie nie wieder gesehen. Nur manchmal war eine Andeutung jenes Wunderbaren auf ihren bescheidenen, stillen Zügen, ein Etwas, das sie nicht müde werden ließ, seine Blicke auf ihr ruhen zu lassen, in ihrem Gesicht zu forschen, zu lesen, zu rätseln. Der Zusammenhalt zwischen ihr und ihm war seiner rauen, wilden Jugend ganzes Glück. Er trug alle Verlästerungen, weil er wusste, Maide hielt doch etwas auf ihn und wisse etwas besser als alle anderen mit ihm Bescheid. Da kam das Entsetzliche. Im flammenden Zorn erschlug er den Burschen, der über das Mädchen und ihn ruchlose Worte gesagt hatte. Er hatte es nicht gewollt. Er hatte nicht im Traume an Mord gedacht. Sein Zorn war nur zu groß und seine Bärenkraft zu massig. Die hatte über das Maß hinaus zugeschlagen. Ehe er sich vom Entsetzen erholte, war er eingekerkert. Er hatte in der schwarzen Schmiede in der letzten Zeit lichte, sonnige Zukunftspläne geschmiedet. Er war nun Geselle geworden, nach harter Lehrlingsarbeit und wollte es zum Meister bringen, sich das Gemeinde- und Heimatrecht im Dorfe erwerben, Maide sich zum Weibeverdienen. Und nun war alles aus. Das war nun verwirkt. Ein mit jahrelanger Kerkerhaftbestrafter konnte nach den alten, strengen Gesetzen der Gemeindeverfassung und Gilde nie und nimmer ein Gewerberecht im Dorf, nie ein Eigenhaus, nie einen Meisterbrief bekommen. Sein Leben war gebrochen. Zu Boden gedrückt vom Gefühl der Schmach und Schande verließ er nach Jahren abgebüßter Haft an einem grauen Winternachmittag seine Zelle. Er hatte Maide Botschaft schicken wollen, sie fragen lassen, ob er sie noch einmal sehen dürfe, ehe er sich irgendwo in der weiten Welt verliere. Aber er hatte es im Gefühl seiner zu tiefen Erniedrigung nicht fertig gebracht. Heimlich und allein schlich er sich mit seinem armseligen Packen in der Dämmerung auf der Waldstraße hinaus. Von der ersten Tanne des Hohlweges aber, durch den er auf die Straße zu kommen gedachte, winkte ihm von Ferne ein weißes Tuch. Eine ruhige, schmale Gestalt stand da, unter dem schweren, fransigen Gezweiger. Maide! schrie der verwahrloste Bursche mit dem herzzerreißenden Aufschrei des Glückes. Ja, sie war es, und auch sie trug ein Päckchen in der Rechten. Es war alles ganz ruhig, ganz einfach, was sie sagte. Es sei selbstverständlich, dass er das Dorf verließe, und ebenso selbstverständlich, dass sie mit ihm gehe. Ihre Eltern seien gestorben. In der Stadt, wo du dein Brot finden wirst, will ich durch dienen auch meines suchen. Wir wollen in Ehren zueinander halten. Wir wollen ruhig warten. Wenn Gott es uns schenkt, wollen wir in späten Jahren, nachdem wir uns den nötigen Hausrat erworben, noch Mann und Weib werden. Mit leiser, bescheidener Stimme sagte sie's. Aber als Gerd das hörte, kam eine Liebe zu Maide über ihn, die nicht Maß und Grenzen mehr kannte. Wie ein Verhungerter und Verdursteter war er. Wie hatte er sich nach Maide gesehnt in all den Jahren. Nun wollte er sie an sich ziehen. Das Gute, Treue, geliebte Mädchen wollte ihr Liebesgesicht mit Liebkosungen und Küssen überdecken. Nur das Maide mit ausgestrecktem Arm und einer Gebärde wie eine zurückweichende Flamme ihn von sich wies. Ihre Blicke allein hielten die Seinen fest. Streng. Ernst. Sie sprach Worte von beschwörender Gewalt. Wenn er sie umfasse und küsse, sei alles, was sie geplant habe, aus und sie kehre um. Er solle widerstehen. Er müsse widerstehen. Er solle ihr's schwören in diesem Augenblick mit heiligem Schwur, dass er ihr nie wieder mit einem Kuss oder einer Liebkosung nahe, bis er ihr Mann sei. Denn sie müsse nun tagelang mit ihm wandern, vielleicht nächtelang, bis sie irgendwo ein sicheres Unterkommen fänden. Flehend und gebietend zugleich sah sie ihn an. Und da kam der schwerste Kampf seines ganzen schweren Lebens übergärt. Wie liebte er Maide. Es wollte ihm das Herz zersprengen, den Sinn verwirren, so liebte er sie. Er hätte sie nur einmal in wilder Zärtlichkeit küssen mögen und wenn er dann hätte sterben müssen. Tiefe, traumhafte Dämmerung herrschte. So ganz, so ganz, wie sie in seiner Macht. Sein Herz schlug hammerhart, aber er ließ die Arme sinken, aus freiem Entschluss. Er ließ nur seine Blicke in ihren Blicken ruhen. Er siegte. Er schwur ihr mit harter, trockener Stimme, laut den Schwur. Sie gelobte sich auch ihm. Sie wollten nicht voneinander lassen, aber ihre Prüfungsjahre wollten sie bestehen, ohne Liebkosung, ohne Kuss. Es schien ihnen nun alles leicht und lieb, was kommen sollte. Sie gingen tastend vom Hohlwegwald ein durch den Wirrwarr der Stämmer. Sie wollten auf die Straße kommen, vielleicht eine Herberge erreichen für diese erste Nacht. Und sie verirrten sich, gerade wie damals in ihrer Kinderzeit schien's. Sie fanden nicht aus und ein. Sie kamen wieder tappend in Moor und Gestrüpp. Sie tasteten sich unsicher vorwärts. Er rief sie beim Namen, bald hierhin, bald dorthin. Er wollte ihr Führer sein und verirrte sich immer mehr. Die tiefe, schwarze, schauerliche Dunkelheit floss über sie. Dann aber stach mit einem Maler, Oh, was war das? Ein jähes Spiel von langen, gleißenden Lichtstrahlen durchs Gedränge der Stämme. Die Strahlen wurden zum lichten, überlichten Schein. Der ganze Wald schwamm in einer Lichtflut in strahlendem, glänzendem, überirdischem Licht. Und ehe sie beide sich besannen, kamen sie, wie damals, zum Kerne des heute noch viel mehr überwältigenden Glanzes. Es stand wieder eine Tanne auf einer Waldblöße, eine Tanne, die aus sich selber Flammen trug. Kein Tänlein diesmal. Ein hoher, herrlicher Baum, den auf jedem Zweige eine schlanke, steile Flamme stand, leuchtend wie Sonnen und Sternlicht zugleich. Ein Meer von Flammen, flammenhimmlischen, unirdischen Scheins. Und eine Gestalt oder ein Schimmer einer Gestalt stand am Stamme des Flammenbaums in all dem zauberischen, glückseligen, festlichen Gleißen. Eine Stimme, aus der des Waldes lieblichstes Wehen und mächtigstes Rauschen klang, sprach, »Ich bin die Seele, bin die Bewohnerin, bin das Leben dieses Baumes. Ich grüße euch.« Aus dem winzigen Tändchen, das du heftiger Knabe ausreißen wolltest, ist nun schön und still dieser Baum geworden, euer Lebensbaum. Ihr seid Auserwählte. Denn euer Lebensbaum ist ein Flammenbaum, einer jener Bäume, die nur alle drei Menschenalter einmal im Walde stehen. Jede Flamme auf meinen Zweigen bedeutet euch ein unerschöpfliches Glück, eine tiefinnige, unaussprechliche Freude. Danke, Gott, du Wilder, Unbändiger, dass du dich bändigen gelernt, nicht voreilig und verfrüht, das Tändchen mit seinen wenigen Flammen an dich rissest. Neun waren es. Nun sind es neunmal neunmal neun. Grabt euren Baum, nachdem seine Flammen, die nur einmal im Jahre sichtbar werden, verloschen sind, vorsichtig aus. Pflanzt ihn vor euer Haus. Wir haben keins, wollten die beiden Leute mit wehmütigem Lachen sagen. Aber die zauberische Gestalt oder der Hauch einer Gestalt war schon wieder im Stamme der Tanne verschwunden. Der feurige Glanz verlosch bis auf einen freundlich nachzitternden Schein. In dessen Schimmer haben die beiden mit dem bescheidenen Werkzeug, das sie in ihren Bündeln hatten, den Baum gemeinsam ausgegraben. Behutsam und zart gingen sie einem Gewurzel nach. Tief, tief, immer tiefer. Als sie den letzten Spatenstich taten, stießen sie dicht unter der innersten Wurzelfaser auf eine rostige Truhe. Die hoben sie voll Staunen heraus. Aber siehe, die Truhe trug das Wappen von Gerds Geschlecht. Ihr Inhalt war Gold, Geld, edles Gestein, Geschmeide in Massen nebst wichtigen Urkunden. Ein unermesslicher Schatz. Gerd war wieder edel und sehr reich nach den Begriffen der Welt. Er ließ sich die Burg seiner Väter neu aufrichten. Vor ihr Tor pflanzte er die Lebenstanner. Maide wurde in Lachen und Seligkeit sein Weib. Er hatte im flammenden Glanze des zauberischen Lichterbaumes eigentlich nur sie, nur ihr Gesicht gesehen. Denn es war wieder die himmlische, seltsame Schönheit von damals auf ihren Zügen. Und diese Schönheit, deren edler Glanz auch nie mehr verging, durfte er nun zu allen Stunden, allen Tagen und allen Nächten sehen. Maide war ja sein, mit Herz und Seele. Ganz sein eigen. Das Bild der Mutter Dem Kupferschmied war seine Frau gestorben, von den zwei Töchterchen weg, die zärtlich an der Mutter hingen. In ihren dunklen Kleidchen, die eine Nachbarin ihnen rasch zusammengeflickt, gingen die zwei Schwestern nun immer Hand in Hand, scheu aneinandergeschmiegt ihres Weges, voll bitteren Herzenleids. Im ganzen Dorf sprach sich's herum. So tief wie diese Kinder habe man noch niemals Kinder um ihre tote Mutter trauern gesehen. Die Leute wetteiferten ihnen, etwas Gutes zu tun. Ja, es gab Witwen und etwas ältere Mädchen im Ort, die ernstlich darüber nachdachten, es lohne der Mühe, Kupferschmieden zu werden, schon um diesen feinen, treuen Kindern die verstorbene Mutter zu ersetzen. Durch Vermittlung von Nachbarinnen bot sich nach einem guten halben Jahr eine stattliche Jungfer dem Witwer vorsichtig an. Elsbette hieß sie und sie war wirklich so übel nicht. Sie hatte ein kleines Heiratsgut, war fleißig, sauber. Vor allem, sie war berühmt wegen ihres guten Kochens. Der stille Witwer wies den Wink durchaus nicht von der Hand. Nur meinte er, die Hauptsache, ja das allein Ausschlaggebende an diesem Punkt seien die Kinder. Die Kinder hätten so zärtlich an ihrer Mutter gehangen und seien noch immer so verhärmt und so untröstlich, dass er ihnen nur dann eine zweite Mutter geben möchte, wenn sie sich selbst herzlichst eine solche wünschen. Es wurde nun manches hin und her gesprochen und schließlich wurde abgemacht, Elsbette solle einmal vier Wochen ins Haus des Schmiedes kommen und als Magd für ihn und seine kleinen Mädchen wirtschaften und kochen. Da war Elsbette froh und meinte, sie habe gewonnen. Die Kinder waren weiß wie die Wachslichtchen. So wenig hatte ihnen seit der Mutter tot irgendein Bissen geschmeckt. Nun fing die gute Elsbette an zu backen und zu rühren und dachte, es könne ihr nicht fehlen. Sie brachte eine Schüssel dampfender Krautklöße auf den ersten Mittagstisch. Wirklich ein einziger Duft und Augenschmaus. Ein Bild für einen Maler. Und süße, lockere, heißwecken mit purpurrotem Hagebuttenguss gab es am nächsten Tag. Am Sonntag ein knuspriges, goldiges Schweinebrätchen und sofort und sofort. Vier Wochen lang jeden Tag jeden Tag etwas anderes. Eine Mahlzeit immer schöner und leckerer als die andere. Und doch dabei nichts verschwendet, sondern mit den Sachen schön hausgehalten. Das musste der aufmerksame Schmied ehrlich sagen. Mit verlegenem Schmunzeln fragte er die Kinder nach vier Wochen unter einer väterlichen, kräftigen Umarmung, ob ihnen Elzbette als Mutter wohl gefieler. Sie kocht doch gar so gut, meinte er. Oh ja, sie kocht gut. Das mussten die beiden kleinen, stillen Mädchen zugeben. Sinnend sahen sie einander dabei an. Schüchtern erhoben sie dann die Köpfchen. Ganz gut, aber unsere Mutter, meinten sie, kochte doch viel besser. Da war nichts zu machen. Der Schmied war vielleicht anderer Meinung, aber er hatte geschworen, er wollte sich nach den Kindern richten. Und die Kinder wollten nun einmal Elzbette nicht gern als zweite Mutter. Es gab ein gewaltiges Gerede, als die stattliche, unverrichtete Sache aus dem kleinen Schmiedhaus wieder abziehen musste. Immer mehr anderen Mädchen und Frauen bewegte die Sache Kopf und Herz. Auf einem Gütchen in der Nähe des Ortes wohnte eine schöne, etwas eitler, aber gutherzige Witwer, die bisher alle Freier lachend abgewiesen hatte. Den Kupferschmied und seine wählerischen Kinder zu gewinnen, das schien ihr aber nun auf einmal der Mühe wert. Sie verstand sich so schön und reizend anzuziehen wie keiner und sah dann immer wunderhübsch aus. Das wusste sie. In ihrem feinsten Staat, rauschend und glänzend begann sie hier und da bei Kupferschmieds einzusehen und seinen Töchterchen mit Worten, Blicken und kleinen Geschenken schön zu tun. Dem fragte fragte der Kupferschmied seine Kinder zum zweiten Mal. Wollt ihr eine zweite Mutter haben? Die Frau, die immer so schön angezogen ist, die will es wohl werden. Die hübsch angezogen? Erstaunt sahen die kleinen Mädchen einander an. Nun ja, gab die eine dann so oben hin zu. Nun ja, meinte auch die andere matt. Es ist ja wahr, Bisher war es ihnen nicht aufgefallen, aber nun mussten sie es zugestehen. Wirklich ganz hübsch. So hübsch, wie unsere Mutter immer angezogen war, aber doch lange nicht, sagten sie aber sofort höchst lebhaft in erregtem Tone, wie aus einem Munde. An ihrer Mutterstelle wollten sie die fremde Frau auf keinen Fall. Da musste auch die sich zurückziehen. Und der Ehrgeiz, den trauernden Kupferschmiedskindern eine zweite Mutter zu werden, ergriff nun die Frauen des ganzen Landes. Eine Gräfin kam und bot sich an, den Kupferschmied zum Manne zu nehmen, aber den Kindern war sie nicht fein genug. Unsere Mutter ist viel feiner gewesen, sagten sie. Der Kupferschmied wäre wohl ganz gern Graf geworden, aber er musste auch der Gräfin in dem zarten Seidenkleid, das von Rosen und Feilchenduft durchzogen war und bei jedem Schritt lieblich rauschte, den Laufpass geben. Andere Frauen kamen, aber an jeder hatten die verwöhnten Kinder etwas auszusetzen. Die Fromme war ihnen doch nicht fromm genug, die Kluge nicht halb so klug wie ihre Mutter, die Lustige nicht halb so lustig. Ein Jahr und noch ein Jahr verging. Da hörte schließlich die Frau Königin von der Sache. Der Herr König war vor Jahr und Tag gestorben und die mächtige, prächtige Frau hätte gern noch einmal ein ganz besonderes Eheglück gehabt. Den so heiß umworbenen Kupferschmied sich zu erringen, die Herzen seiner Töchterchen sich zu erstürmen, das erweckte ihren Ehrgeiz. Erst langsam, dann immer fester und bestimmter gab sie der Sehnsucht ihres Herzens Gewehr. Und eines Tages hielt eine goldene königliche Karosse, mit zehn Schimmeln bespannt, von Haiducken und Lakaien in goldstrotzenden Livreen bedient, im Gässchen vor des Kupferschmieds Haus. Über die ausgetretene Schwelle trat huldvoll und strahlend die Königin. Sie saß mit bei Tisch, sie schüttelte ihre Gnaden nur so über den Mann und die Kinder aus. Ist sie nicht prächtig? Ist sie nicht herrlich? Wollt ihr sie haben zur zweiten Mutter? fragte der Schmied zitternd und bebend vor über das rasende Glück, das ihm widerfahren sollte, seine zwei Töchter. Denn natürlich sollte er durch seine zweite Ehe König werden, über das ganze Land. Die Kinder mussten bejahen. Ungemein herrlich und prächtig, sagten sie. Aber wenn sie an ihre Mutter dachten? Nein, unsere Mutter war doch viel herrlicher, viel prächtiger, gar nicht zu vergleichen mit dieser Frau Königin. Wir wollen nicht. Nein, nein, auf keinen Fall. Und so leid es dem Kupferschmied tat, so musste er doch unter tiefen, verlegenen Bücklingen die Frau Königin wieder aus seinem Haus hinaus komplimentieren. Spätabends war's geworden. Der Vollmond schien auf das Gold der Karosse und der Pferdegeschirre und Liefren, dass sie nur so von Glanz trieften. Bleich und groß, fast verschwimmend in Rührung über die Treue der Kinder, sah der Mond die Sache mit an. Sein ruhiges Herz wachte auf wie nie vorher. Eine Sehnsucht überkam ihn, so tief, so weit, so seltsam mächtig. Was der mächtigen Erdenkönigin da nicht gelungen war, ob es nicht vielleicht ihm gelänge? Ja, er wollte die Mutter der Kinder sein. Als schöne, sanfter, silberglänzende Frau wollte er den Witwer freien und ihm und den Kindern sein ganzes unendliches silbernes Schimmerreich, in dem nie ein lautes, grobes, heftiges Wort gesprochen wurde, in dem lauter Frieden, lauter Sanftheit und Wonne herrschte, zu Füßen legen. Und er tat es. Mit dem leisesten Schritt trat die zarteste, schönste Fee in die Hütte, das sanfteste Angesicht neigte sich über die Bettchen der Kinder. Die weichsten, weißesten Hände boten sich dem Mann. Ja, diese Liebe, leise, diese zarte, sanfte, die noch dazu ein silbernes Stück himmelreich zu verschenken hatte, die sollte aber nun wirklich die Seine werden. Er fragte die Kinder gleich noch in derselben Nacht, so dringende Eile hatte er. Na, ist die nun nicht lieb und sanft, die heute Abend bei uns eingetreten ist? Sanft, wie sich sanfteres nicht mehr denken lässt auf der weiten Welt? Die Kinder saßen mit ihren gefalteten Händen in ihren Betten, sahen die Mondfee an und sagten andächtig Oh ja, oh ja, nur unsere Mutter war noch sanfter, rief plötzlich von einer ergreifenden Erinnerung gepackt, aus sinnendem Schweigen heraus, ganz leise das eine Mädchen. Oh, das ist wahr, viel, viel sanfter, stimmte leuchtenden Blickes das Zweite bei. Und es half nichts. Die Mondfrau musste gehen. Ganz lautlos ging sie aus der Stube, das süße, bleiche Gesicht in die silbernen Schleier tief verhüllt. Es war über dem ganzen Himmel hin eine einzige Bewegung. Die Sonne war kaum aus dem Bad gestiegen am nächsten Morgen, so wusste sie auch schon, was in der Nacht geschehen war. Glühend weihte ihr Herz auf, sehnend, verlangend. Das war also ein Preis, den niemand weiter errang. Dieser Preis, den Kupferschmieds Kindern, die so hohe Anforderung stellten, eine zweite Mutter zu werden? So wollte sie ihn erringen. Gut wie sie war ja keine. Keine besaß ein wärmeres Herz. Keine war freundlicher. Keine konnte segnen, lieben, sorgen und schaffen wie sie. Keine im ganzen Weltall war so schön, so wunderschön. Und sie kleidete sich in ihr herrlichstes Gold, in ihren funkelndsten Schmuck, in all ihre Rubinen, Topase, Brillanten. Sie setzte ihr leuchtendstes Mütterlächeln auf und trat am vollen Mittag, als die erste Frau der Welt, über die Schwelle der Kupferschmiede, in der es wie in einem Schatzhaus zu funkeln begann. Mit einem siegenden herzbezwingenden Blick, einem segnenden Lächeln freite sie um den Witwer. Der Mann sprang auf und streckte ihr wie trunken vor Glück seine Arme entgegen. Ist die euch nun recht? schrie er triumphierend seine beiden Kinder an. Ist die euch nun endlich gut und schön genug zur zweiten Mutter? Die Kinder standen erschrocken, tief ernst, totenblass, obgleich sie eigentlich schon wieder zarte rosa Backen bekommen hatten, im Laufe der Jahre. Sie ist freilich gut, sie ist freilich schön, sagten sie zitternd, in heiße Angst und Verlegenheit. Aber unsere Mutter platzte das eine Kind heraus. Aber unsere Mutter setzte das andere laut aufweinend hinzu. Unsere Mutter war tausendmal schöner, unsere Mutter war tausendmal besser. Hell und laut riefen sie die letzten Worte heraus, einstimmig, wie aus einem Mund. Voll brennendem Weh ist die Sonne von Dannen geeilt. Glühend und alles, was sie sah, verdorrend, eilte sie fort und fort. Ihr unbändiger Schmerz wandelte sich bald in maßlosen Zorn und Grimm. Sie schlug mit der von Diamantenringen glänzenden Faust prallend auf den härtesten Felsstein und schrie, Da wollen wir doch jetzt endlich einmal dahinter leuchten. Das will ich an den Tag bringen, was diese Mutter eigentlich in Wahrheit für eine Mutter war. Schöner und besser als ich? Tausendmal schöner? Das kann einfach nicht stimmen. Ich will in alle Herzen und alle Erinnerungen leuchten und ein ungeschminktes, wahrheitsgetreues Bild von ihr beschaffen. Das tat sie auch. Und sie brachte es auch wirklich sonnenklar an den Tag, wie sich die Sache in Wahrheit verhalten hatte. Sie ließ ein Bild der Gestorbenen anfertigen und als sie dies Bild bekam, kannte ihr Triumph keine Grenzen. Das bescheidene kleine Bildnis stellte die Verstorbene zu ihren Lebzeiten mit ihren beiden Töchtern dar. Zwischen den schlanken kleinen Mädchen saß ein ärmliches Weibchen, klein, mager, schon ältlich und etwas verwachsen. So sei es gewesen, hatte die Sonne herausgebracht. Der Kupferschmied, ein schöner, schmucker, braver Bursch, hatte das kränkliche Mädchen, das keiner sonst wollte, gefreit, weil er sie als brav erkannt und ihre tiefe Liebe zu ihm durchschaut. Auch weil sie ein paar hundert Thaler Heiratsgut hatte. Aber das, da die Sonne der Wahrheit des Vernommenen die volle Ehre geben wollte, nur nebenbei. Bescheiden, still, ängstlich und sehr, sehr einfach sei die Frau gewesen. Beschämt und gedrückt, ob ihrer Menge und ganz gedemütigt ihrem Frauen- und Mutterglück. So demütig sah sie nun auch da auf dem besagten Bild. Die Sonne wusste sich vor Lust nicht zu lassen. Sie funkelte und lachte und tanzte fast, als sie das alles sah und das alles erfuhr. Sie wollte sich eben hoch und herrlich aufrichten, um das Bild aller Welt zu zeigen. Da blickte sie es noch einmal ganz scharf an. Und da sah sie etwas, was sie vorher nicht gesehen hatte. Da sah sie die Blicke, mit denen die kleinen Mädchen an dem Angesicht der Mutter hingen. Eine Bewunderung, eine Zärtlichkeit, eine Vergötterung und Liebe, wie selbst sie, die Sonne, sie noch nie erfahren hatte, sprach aus den Kindergesichtchen. Und die Hände der Mutter hielten die Hände der Kinder auch so innig fest, wie die Sonne noch nichts umfasst hatte. Das Gesicht der Mutter strahlte von Dank und heimlichen Glück wundersam. Immer himmlischer erschien es, je mehr die Sonne es ansah. Immer schöner. Da war nichts zu machen. Die Sonne ließ das Bild ins Meer fallen und ihr Sonnenherz verbrannte ihr fast vor Enttäuschung und sehnsüchtigem Weh in dieser Stunde. Den dichtesten, dunkelsten Wolkenschleier zog sie sich ums Haupt und aus diesem tropften und fluteten in Mengen viele Tage lang die schimmernden Tränen. Hanni und Fanny Hanni und Fanny waren Zwillinge. Als sie noch klein waren und im goldigen himmelblau geschmückten Kinderwagen mit ganz gleichen himmelblauen Kleidchen und Hütchen angetan, täglich auf der Strandpromenade spazieren gefahren wurden, blieb fast jeder stehen und warf einen lächelnden Blick auf das reizende Pärchen, das durchaus nicht voneinander zu unterscheiden war. Die Hütchen und Mäntelchen nicht nur, sondern vor allem die beiden rosigen, herzigen Gesichtchen, die beiden kirschroten München, die beiden feinen Stumpfnäschen, die zwei großen Kornblumen blauen Augenpaare. Ja, selbst die weichen goldenen Löckchen, die beiden über die Stirn ins Gesicht fielen, waren einander so gleich wie ein Ei dem anderen. Den Eltern der kleinen Zwillingsmädchen machte es natürlich außerordentlich viel Spaß, dass jedermann steif und fest behauptete, er könne Hanni unmöglich von Fanny unterscheiden. Elternliebe sieht natürlich schärfer und sowohl Papa als Mama wussten an einer ganz kleinen Verschiedenheit im Ausdruck der beiden Püppchengesichter sofort auf den ersten Blick jedes der Kinder zu erkennen. Hanni sah ein wenig ernster und eigenwilliger, Fanny ein wenig lieblicher und zarter aus. Aber fremde Menschen konnten diese geringen Unterschiede natürlich nicht bemerken. Und dass sie alle, sogar die Hausmädchen und der alte treue Diener inbegriffen, fortwährend Hanni mit Fanny und Fanny mit Hanni verwechselten, machte den beiden Eltern den allergrößten Spaß. Bis zu ihrem ersten Schulgang waren die niedlichen Zwillinge immer ganz gleich, meist himmelblau, weil dies zu ihren süßen Blondköpfchen am besten stand, gekleidet. Als die erste Schulwoche aber verflossen war und die Frau Professorin, Hannis und Fannis Mutter, zum ersten Mal mit der jungen freundlichen Klassenlehrerin der beiden Kinder sprach, bat diese recht herzlich, die Anzüge der Zwillinge doch ein klein wenig verschieden voneinander einzurichten, weil es sonst wirklich ganz unmöglich wäre, immer zu wissen, wer Hanni und wer Fanny sei. In der Klasse ließ sich schon am Platz merken, aber in der Freiviertelstunde im Garten sei es ihr schon oft passiert, dass sie Hanni gerufen und Fanny gemeint habe und umgekehrt. Die Professorin lachte zu dieser gleichfalls lachend vorgebrachten Klage und sie tat der Lehrerin den Willen, das eine ihrer kleinen Mädchen immer durch einen Kleidungsgegenstand auszuzeichnen, den die andere nicht trug. So war Hanni meist mit einem roten Korallenkettchen und Fanny mit einem Goldkreuzchen an schwarzem Sammetband geschmückt. Hanni trug meist hohe weiße Ärmel Schürzchen über dem Kleid, während Fannis Schürzen mit Gürtel und Latz gearbeitet waren. Auf diese Weise ging das Unterscheiden in der Klasse der aller kleinsten recht wohl. Als aber siebente hinaufrückten, wollten die kleinen Merkmale nicht mehr ausreichen. Statt des einen freundlichen Fräuleins gab es nun verschiedene Lehrer und Lehrerinnen und nicht jedes von diesen hatte Zeit, sich das Korallenkettlein und die Ärmelschürze als Unterscheidungsmerkmal ins Gedächtnis zu prägen. Verändert hatten sich die Schwesterchen nicht um ein Haar und so kam es immer häufiger vor, dass sie verwechselt wurden und nicht immer waren diese Verwechslungen ganz spaßhaft. So nahm es die kleine Fanny sich einmal sehr zu Herzen, dass sie als unverbesserliches kleines Traumbuch vor der ganzen Klasse bezeichnet wurde, während sie doch gerade in dieser Stunde lauter richtige Antworten gegeben und Hanni es gewesen war, deren Gedanken auf Reise gegangen, sodass sie nicht einmal die Stückzahl von drei Schocknüssen wusste. Ein anderes Mal weinte Hanni bitterlich, weil der geliebte Religionslehrer sie tadelte, sie habe ja einen Auftrag an ihren Papa, den er ihr gegeben, nicht ausgerichtet. Sie wusste von keinem Auftrag und schließlich kam es heraus, dass Fanny die kleine vergessliche Sünderin war. Ja, wer soll euch aber auch voneinander kennen, sagte derselbe Lehrer als klein Handchen ihm ehrlich ihre Schuld eingestand. Sagt eurer lieben Mama doch einmal, sie solle Hanni immer ganz hellblau und Fanny ganz feuerrot kleiden, so merkt man sich schließlich an den Buchstaben eurer kleinen Persönchen. Die Professorin hatte nicht viel Lust, ihre lieben Mädchen mit so schreienden Farben zu kennzeichnen. Da aber aus der Schule immer mehr Klagen eingingen, dass durch die Gleichheit der Zwillinge und glückliche Idee. Die Blondherrchen der beiden Schwesterchen zeigten nämlich schon frühzeitig eine ganz besondere Wachstumsfreude und statt der offenen Löckchen, die die Kleinen früher getragen, baumelten ihnen nun schon zwei natürlich gleich lange, gleich starke und gleich glänzende Blondzöpfe im Nacken. Ein langer Zopf ist bekanntlich ein großer Stolz für ein kleines Mädchen und auch unsere beiden Dingerchen lächelten immer ganz beglückt in sich hinein, wenn ihnen jemand im Vorübergehen die schönen Flechten streichelte und bewundernd dabei sagte das ist aber ein Staat. Da das sorgsame Kämmen, Bürsten und Frisieren der feinen dichten Haare frühmorgens immer viel Mühe machte, so hatte die Mutter schon manchmal vorgeschlagen, das lange Haar doch jetzt noch einmal abzuschneiden. Wenn man es vom zwölften Jahr an wachsen ließe, so sei dies zeitig genug und ein kurz geschnittenes Lockenhaar sei auch ganz niedlich. Mit Bitten und Schmeicheln hatten die Töchterchen aber für ihre Zöpfe gekämpft und die Mutter hatte nachgegeben, bis ihr eben jene gute und glückliche Idee in den Sinn kam. Ein Unterscheidungsmerkmal für die Zwillinge war gefunden. Eines von ihnen sollte sich den langen Zopf abschneiden lassen und das Haar in kurzen Locken mit einem runden Kamm tragen. Sofort würden sie dann vollständig verschieden aussehen und niemand würde sie mehr verwechseln. Die Zwillinge weinten, als die Mutter ihnen ihren festen Entschluss mitteilte. Keine wollte ihr schönes langes Haar hergeben. Keine wollte mit einem jungen Kopf, wie sie sagten, herumlaufen. Die freundliche, nachsichtige Mama aber konnte auch streng Nun, wenn keine vernünftig ist und sich nicht von selbst entschließt, so werde ich euch nicht lange fragen, sagte sie. Hier sind zwei Papierstreifen, ein langer und ein kurzer. Nun zieht, wer den kurzen trifft, wird kurz gestutzt, und wer lang hat, lässt eben lang hängen. Die Losgeschichte machte den beiden Mädchen nun doch wieder Spaß, und unter Angst und fröhlicher Hoffnung, heil davon zu kommen, zog jede ihr Papierstück zwischen der Mutter Fingern hervor. Als sie sich den Schaden besahen, war der kurze Unheilstreifen in Fannys Hand. Fanny jammerte laut, und Hannie sah vor lauter Mitgefühl für sie beinahe noch trauriger aus. Sie nahm den prächtigen Goldzopf des Schwesterchens in ihre Hand und schien es rein undenkbar zu finden, dass etwas so Schönes unter der Schere fallen sollte. Mama, lieber ne meinen, rief sie endlich edelmütig, aber Fanny ließ sich nicht beschämen. Eh, das wäre noch schöner, um deinen ist es erst recht schade, rief sie schluchzend. Still jetzt, gebot die Mutter. Es bleibt dabei. Fannys Zopf wird abgeschnitten, ich lese jetzt im Keller die Äpfel aus. Halb vier bin ich fertig. Dann wollen wir zusammen in die Stadt gehen und gleich vom Friseur die Sache besorgen lassen. Ein Viertelstündchen später war es ganz still im Hause. Mutter und Köchin walteten im Obstkeller. Fanny hatte schnell einmal zum Buchbinder an den Marktplatz wandern müssen, um sich ihr Spruchbuch, das einen neuen Einband nötig gehabt, zurückzuholen. Und nur Hann Spruch, Kindlein liebt euch untereinander und so weiter auswendig. Nach kurzer Zeit aber schien auch ihr ein kleiner, notwendiger Ausgang einzufallen. Mit fröhlichem Lächeln klappte sie ihr Buch zu, nahm draußen ihr blaubebändertes Hütchen vom Nagel und trat ihre Wanderung an. Nach ungefähr einer Stunde war das Geschäft des Äpfelesens im Keller beendet. In schönen, sauberen Häufchen lagen die Früchte des Gartens, die lichtgrünen, rotbäckigen Weinäpfel, die grauen Renetten, die purpurnen Erdbeeräpfel und die kleinen spitznäsigen Goldpipings aufgeschichtet. Die Köchin war schon wieder oben und eben erhob sich die Professorin von der Strohschütte, auf der sie bei der Arbeit gekniet, als der helle Lichtstreif, der vom Fenster her in den Keller glitt, auf einmal von einem kleinen Schatten verdunkelt wurde. »Mamachin«, rief ein seltsames, scheues, leises Sümmchen hinunter. Die Mutter wusste diesmal wahrhaft selbst nicht, ob es Honey oder Fanny war. Der kleine Kopf, der sich oben gegen die halbblinde Scheibe drückte. War dies überhaupt eine von ihren Zwillingen? »Gleich komme ich«, rief sie unruhig hinauf, aber »Nein, ich komme lieber zu dir«, antwortete das schüchterne Stimmchen sogleich. Dann klangen Kindertritte auf der Kellertreppe und im nächsten Augenblick schmiegte sich ein fast bis auf die blanke, weiße Haut abgeschorenes Kinderköpfchen in ihre Arme. »Hanny«, rief die Professorin entsetzt. »Hanny, bist du denn ganz toll? Ja, was fällt dir denn ein? Kannst du denn nicht warten? So kurz meinte ich doch nicht und überhaupt du?« Dem geschorenen Lämmlein war es bei der Überraschung offenbar selbst nicht wohl. Verlegen fuhr sie ein paar Mal mit der Hand über den glatten Kopf. »Liebe gute Mama, ich wollte doch nicht, Fanny ihren Zopf hergeben sollte. Meiner ist lange nicht so schön.« stotterte sie unter Tränen. »Sei nicht böse. Ach, ich habe es ja so gut gemeint. Der guten Frau waren selbst die Tränen nah. Das schöne Haar, sagte sie seufzend. Ich wollte es dir ein hübsches Stück hängen lassen. Na, das wird lange dauern, bis das wieder gewachsen ist. Nun ist das Unglück geschehen und wir müssen uns da rein finden. Also Fanny zu lieb warst du so voreilig? Hast du dein Schwesterchen denn so sehr lieb? Fanny nickte und schluchzte. Na Schatz, sagte die Mutter, nimm hier das Körbchen mit Falläpfeln und komm, ich bin neugierig auf Fannys Gesicht. Eins ist erreicht, niemand kann euch wenigstens jetzt verwechseln. Eilig stiegen beide die Treppe hinauf. Oben ging eben die Haustür und zu Hannys Freude sah sie der Schwester blaues Kleidchen von einem einfallenden Streifen Sonnenlicht beschienen schon von unten leuchten. Fanny warte, eine rief sie lustig und stürmte nun, von der Mutter gefolgt, den letzten Treppenabsatz vollends empor. Allerdings eine Überraschung, auf beiden Seiten eine glänzende Überraschung und auf Seiten der armen Mutter die größte. Auch Fannys Köpfchen war geschoren. Um der Schwester den Schmerz des Zusehens zu ersparen und deren Opfer gleich ganz unmöglich zu machen, hatte das gute Kind die heimliche Freude für ihre Liebe ersonnen. Während Fannys Kopfschmuck beim alten Theater Friseur am Kirchplatz gefallen war, hatte die Schere des kleinen Barbiers im Nebengässchen Fannys Flechte hernieder gemäht. Und auch sie hatte beim fröhlichen Liebeseifer den armen Kopf beinahe bis an die Haarwurzeln kahl scheren lassen. Bis sie Ruhe und Kraft fand, dies der Mutter deutlich zu erzählen, dauerte durcheinander von Fragen, weinen und jammern. Die Mutter war außer sich. Sie schlug die Hände immer von neuem entsetzt zusammen. Aber da sie Hanni nicht gescholten hatte, konnte sie doch auch Fanny nicht schelten. Sie hatten es beide gleich gut gemeint, wenn das Ganze nur nicht so schrecklich gewesen wäre. Das Schrecklichste, dass sie sich jetzt zum Verwechseln glichen, die armen zwei. Verwunderung am anderen Tag in der Schule. Hanni und Fanny haben alles tapfer über sich ergehen lassen. Auch an ruhigem, fröhlichem Mut waren sie einander gleich. Jetzt sind die blonden Haare beiden wieder gewachsen. Hanni trägt die ihren zu einem kurzen, dicken Zopf zusammen geflochten, während die Fannis immer etwas gekürzt werden und ein niedliches Lockenköpfchen bilden. Ich glaube, aus prächtigen Mädchen sich noch jeden Tag die Köpfchen kahl scheren lassen. Die Vase Es war heute gar nicht hübsch auf der Welt. Draußen regnete es in Strömen auf das frischgrüne Maillaub und auf die weißen und rosigen Blüten nieder, die der Frühlingssonnenschein eben erst aus ihren Knospenhöhlen hervorgelockt hatte. Und auch drinnen im Haus war schlechtes Wetter. Die Mutter war traurig und verstimmt. Das junge Stubenmädchen, das erst seit ein paar Tagen im Hause diente, hatte heute beim Staubwischen eine feine, zierliche Glasvase von dem Wandsprett in Mutters Zimmer herabgeworfen und in tausend Stücke zerbrochen. Die kleine Vase aber galt der Mutter mehr als die kostbarsten Ziergeräte, welche die Wohnung schmückten. Sie war ihr ein Andenken an ihre Mädchenzeit und an eine liebe lustige Freundin, welche die Mutter einst sehr geliebt hatte und die schon vor langen Jahren in ein fernes Land gezogen und wahrscheinlich dort gestorben war, da sie nie wieder etwas von sich hören ließ. Beim Abschied von der Pension, in der die beiden Freundinnen sich kennengelernt, hatte Cornelia Fersen ihrer lieben Jenny das zierliche Kristallgefäß mit dem Wunsche gegeben, dass es ebenso wenig wie ihre gegenseitige Freundschaft jemals zerbrechen möge. Die Freundschaft war leider schon drei Jahre später durch Cornelias Reise in die fremde Welt, seit welcher sie ihrer Jenny nie wieder geschrieben, in Stücke gegangen. Und nun war auch die Vase, welche die Mutter immer so zärtlich bewacht hatte, zerbrochen. Es war kein Wunder, wenn die Mutter sehr betrübt war. Sie hatte das ungeschickte Stubenmädchen tüchtig gescholten, dasselbe ging nun mit verweinten Augen umher und schluchzte immer noch von Zeit zu Zeit. Bei dieser allgemeinen Trübsal konnte natürlich Gotthard auch nicht fröhlich sein. Ob gleich sein geliebter Klassenlehrer den Sextanern heute die entzückende Botschaft verkündet hatte, dass nächsten Montag, also über vier Tage, die große Frühjahrsparty der Klasse nach dem nahen schönen Badeort Wilhelmsthal stattfinden solle. Ganz aufgeregt vor Freude war Gotthard aus der Schule nach Hause geeilt. Aber ehe er noch ins Haus trat, kam dieser entsetzliche Regenguss, der aussah, als könne er Wochen dauern, und drinnen im Haus gab es auch nichts als Verstimmung, Ärger und Tränen. Selten hatte ein kleiner, im übrigen wilder und frischer Junge mit mehr zarter, begeisterter Liebe an seiner Mutter gehangen als unser Gotthard. Traurig hielt er die Trümmer der kleinen Vaser, deren Verlust sein Mütterchen so betrübte, in der Hand. Wie gern hätte er sein Spargeld hingegeben, um den kleinen, bunten Glaskelch wieder kitten zu lassen. Aber das war unmöglich. Die Glasstückchen waren, wie es bei sehr feinem hartem Glas zu sein pflegt, zu kraus und wirt zersplittert, um das Ganze jemals wieder vereinigen zu können. Aufmerksam betrachtete der Knabe die einzelnen Glasstückchen und sah sich dabei das Muster des zierlichen Glasgerätes, an dem er so oft achtlos vorüber gegangen war, zum ersten Mal deutlich an. Ein wellenartiges Muster von zartblauen und rosigen Fädchen war in das mattweiße Glas eingelassen und zwischen diesem feinen Linienschmuck waren hier und da fünfblättrige Blütchen von reinem Blau mit goldenen Stielchen und Blättern eingestreut. Frühlings Frühlingsgewitter gehen bald vorbei. Schon am Abend lachte die Sonne wieder. Die Klassenparty musste nun doch sehr wahrscheinlich zustande kommen. Da die Mutter, nachdem sie dem weinenden Stubenmädchen verziehen, ihre heitere Laune wieder gefunden hatte, begann Gotthard ihr von der Aufforderung des Lehrers und von den köstlichen Aussichten auf einen Wandertag unter Wald- und Blütenbäumen zu erzählen. Vier Tage später finden wir Gotthard im schmucken neuen dunkelblauen Matrosenanzug, eine feine braunrote Krawatte unter dem weißen Kragen, inmitten 22 lustiger Kameraden in dem großen schattigen Kurgarten von Wilhelmsthal wieder. Ein glückseliger Tag neigt sich seinem Ende zu. Durch köstliche Waldfrische, über rieselnde, mit Farren- und Vergissmeinnicht übersäumte Quellen, über buntblumige Wiesen und durch freundliche Ortschaften sind die Jungen, singend und schwatzend, auf das schöne Wilhelmstal zugezogen. Ein reichliches Mittagsmahl hat die Wanderer hier erquickt. Dann ist man in aufgelöstem Zug durch die Badeanlage und die schönen Willenstraßen des Ortes gegangen, hat sich die schäumenden Heilquellen, die schönen Läden und die vielen geputzten Menschen angesehen, um dann bei allerhand lustigen Spielen den Abend im Kurgarten zu erwarten. Frisch, hell und jubelnd hallen die vielen glücklichen Knabenstimmen ins Abend droht. Der große Vogel ist eben abgeschossen worden. Jeder, auch der ungeschickteste Schütze, hat irgendeine hübsche Gabe gewonnen. Die Badegäste kommen von ihren verschiedenen Tischen herbei und freuen sich an den frischen freudestrahlenden Gesichtern der munteren Jungen. Gotthard hat einen der besten Schüsse getan und als Preis eine prächtige Schreibmappe aus feinem braunem Leder gewonnen. Aber trotzdem ist rosiges Gesicht nicht heiter. So oft er es nur unbemerkt tun kann, stiehlt er sich aus dem Kreis seiner Genossen, zieht den kleinen abgegriffenen Geldbeutel hervor, lässt Nickel und Kupferstücke durch die Finger gleiten, zählt, rechnet und überlegt. Etwas sehr Aufregendes ist Gotthard heute bei dem Rundgange durch die Straßen Wilhelmstals begegnet. In einem der großartigen Glasläden hat er zu seinem freudigen Erschrecken eine zarte Kelchförmige Vase bemerkt, milchweiß, mit blauen und rosenfarbenen Linien Gewinden und hellblauen und golden gestielten Blüten, dasselbe Muster, dieselbe Form, wie sie der Mutter zerbrochene Vase gehabt. Dieselbe Vase, neu auferstanden hätte man meinen können. 1 Mark 50 Pfennig stand als Kaufpreis daran. Gotthard hatte in seinem Reisegeld von 4 Mark noch drei in seinem Beutel, da er außer für die kurze Bahnfahrt und ein Glas Milch noch nichts auszugeben nötig gehabt hatte. Aber Zahlung für Mittagessen, Kaffee und Abendbrot sollte der Kellner im Kurgarten dann einsammeln und außerdem blieben 50 Pfennig für die Heimfahrt auf der Eisenbahn zu bezahlen. Also kaum ein paar Groschen waren übrig. Aber doch, die Vase konnte morgen verkauft sein. Er kam vielleicht den ganzen Sommer über nicht wieder hierher. Er musste die Vase haben. Wie unendlich würde die Mutter sich darüber freuen. Während die anderen Knaben spielten und lärmten, überlegte Gotthard in einem in der Brust, dass er sein Tick-Tack manchmal zu hören meinte, so regte ihn die Sache auf. Wenn nun das schöne kleine Ding jemand anderem gefiel, wenn ein anderer die Vase kaufte. Ein halber Taler war ja für reiche Leute so wenig. In dieser Herzenspein kam ihn endlich ein erlösender Gedanke, wie wenn er kein Abendbrot aß. Sein Kopf schmerzte ihm von dem vielen Überlegen wirklich ein wenig. Es war nicht gelogen, wenn er sagte, es sei ihm nicht wohl, er könne und möge nichts essen. Zur Heimfahrt und zur Zahlung des bereits Genossenen würde das übrige Geld dann bestimmt reichen. Er hatte die Summe von 50 Pfennig als Fahrgeld vorhin mehrmals von den Kameraden nennen hören. Ja, so sollte es sein. Seine Wangen glühten und seine Eben gab der Lehrer die Erlaubnis vor dem Abendbrot noch ein wenig ohne Lärm im Garten und auf den angrenzenden Parkwegen umher zu spazieren. Punkt 7 Uhr werde die Abendtafel gedeckt sein und jeder könne sich dann nach belieben sein Abendbrot bestellen. Wie eine lustige Spatzenschar verstreuten sich die Jungen. Gotthard hatte es am eiligsten von allen. Ohne dass ihn jemand bemerkte, schlüpfte er in das Geschäft und kaufte die Vase. Ein freundliches Ladenmädchen schlug sie ihm in weiches, hellrotes Seidenpapier ein. Er zahlte sein Geld und heimlich aufjuchzend vor stolzem Glück eilte er von Dannen. Nun ist inmitten einer Schar lustig drauf los, bestellender, schmausender, lachender Kameraden ein wenig Hunger nicht gerade spielen zu ertragen. Immer wieder fragten ihn die Ja, Gotthard, lebst du denn von der Luft? Warum bestellst du dir denn nichts? Und immer wieder musste er antworten Ich habe Kopfschmerzen, ich mag nicht, ich kann nicht essen. Während ihm beim Anblick des schönen Schwarzbrotes, der goldgelben Butter und des herrlichen Schinkens das Wasser im Munde zusammenlief. Auch der Lehrer nahm ihn in erklärlicher Weise scharf ins Verhör. Aber auf Gotthards entschiedene, fast in der Abwehr, er könne nichts essen, er sei vom Mittagbrot und vom Kaffee noch so satt, ließ ihn der freundliche Mann, wenn auch mit sehr verwundertem Kopfschütteln, endlich seinen Willen haben. Stecke dir wenigstens die Semmel in die Botanisier-Trommel, im Fall du unterwegs noch Hunger bekommst, sagte er gütig. Und wenn du Kopfschmerzen hast, so ruhe dich doch in der Laube drüben ein wenig aus. Gefährlich kann's nicht sein. dabei wie eine Rose. Wundervoll saß es unter den duftenden Geißblattranken in der goldgrünen Dämmerung. Nun hatte er gesiegt. Isst du denn nicht mit den anderen Abendbrot? fragte da auf einmal auch hier eine Stimme. Ach, ließ man ihn denn nicht endlich mit dieser Frage in Ruhe? Eine schlanke Dame in feinem schwarzem Kleid, einen Strauß von wilden Feilchen an der Brust, stand am Eingang der Laube und sah aus freundlichen, feitchenblauen Augen verwundert auf den einsamen Knaben. Nun, nun, sagte sie als Gotthard stotternd seine Entgegnung begann. Ich will dich nicht stören. Ich glaubte, man habe dir das Abendbrot zu melden vergessen. Nun blieb Gotthard lange ungestört und allein, so lange, dass ihn beinahe wirklich der Schlummer zu übermannen drohte, als einer seiner liebsten Klassengenossen ihn im Auftrag des Lehrers endlich holen kam. Die Knaben standen schon alle zum Abmarsch gerüstet, der Abendbrottisch war abgeräumt, im Garten begann es still zu werden. Während Gotthard seinen Überzieher und seinen Schützen Gewinst aus dem Saale holte und dem Kellner Mittag Brot und Kaffee bezahlte, begannen die anderen sich schon auf den Weg zu machen. Gotthard Reimann, wo bleibst du denn? rief ihm der Lehrer zu, als er endlich, später als alle anderen, den Bahnhofssaal betrat. Schnell löse dein Billett, wir haben uns schon etwas verspätet, der Zug geht in einer Minute ab. In fliegender Hast eilte Gotthard an den Schalter. Bernberg, dritter Klasse bitte, rief er dem Billettverkäufer zu. Da, siebzig Pfennig, entgegnete der Mann. Gotthard fiel beinahe um vor Schreck. So muss ich den Herrn Lehrer erst noch um Geld bitten, ich habe nicht so viel, rief er beinahe weinend. Er drehte sich um und ließ die Blicke angstvoll durch die gefüllte Bahnhofshalle schweifen. Der Lehrer stand schon draußen vor dem Zug, inmitten der ganzen Knabenschar. Einsteigen, Jungens, rief er. Schnell, ist Reimann auch dabei? Irgendeine Stimme rief, ja. Wahrscheinlich hatte ein Kamerad Gotthard zu sehen gemeint und für ihn Antwort gegeben. Nein, wollte Gotthard eben dagegen rufen, aber in demselben Augenblick fiel ihm etwas Schreckliches ein. Was würde der Lehrer denken, wenn er ihn jetzt um Geld bäte, da er doch glauben musste, er habe all sein Abendbrot Geld noch in der Tasche? Würde er nun nicht bestimmt glauben müssen, Gotthard habe gelogen, habe sein Geld vertrödelt und dann Kopfschmerz geheuchelt, um nicht bestraft zu werden? Und die Sache mit der Vase konnte er doch nicht erzählen. Es hätte ja ausgesehen, als wolle er sich des kleinen Opfers rühmen, das er gebracht hatte. Während er in fieberhafter Unruhe überlegte und zögerte, klang draußen ein letzter gellender Pfiff, ein rasches Zuschlagen der Türen und mit lautem Fauchen setzte sich der Zug in Bewegung. Gotthard war in dem fremden, vier Wegstunden von der Stadt entfernten Ort allein, ohne Geld zur Heimfahrt zurückgeblieben. Wie es Gotthard zumute war, ist schwer zu beschreiben. Erst war es ihm, als solle er laut aufschreien und dem Zuge nachlaufen, aber die Tapferkeit des Soldatensohnes besiegte rasch diese kindische Schwäche. Im schlimmsten Fall konnte er sich ja zu Fuß auf den Weg machen. Gott würde ihn nicht verlassen, wenn die Eltern sich nur nicht so ängstigten. Einst weilen wollte er sich einen Augenblick ausruhen und ruhig überlegen. Darauf ließ er sich auf einer der Bänke nieder. Still und sinnend saß er da, ab und zu eine vorwitzige Träne von dem blassen Gesicht abtrocknend. In seiner Bestürzung bemerkte Gotthard nicht, dass dieselbe schwarz gekleidete Dame, die ihn vorhin in der Laube angesprochen, schon seit einer Weile in seiner Nähe stand und ihn mit unendlich freundlichem Blick beobachtete. Er schrak heftig auf, als sich ihre Hand plötzlich leise auf seine Schulter legte. Nun musst du mir aber ich fürchte gar mein kleiner Herr hat den Zug versäumt. Ach, wie wohl tat dem verlassenen Jungen die sanfte, aufmunternde Stimme. Erst etwas verlegen und stockend, dann immer fester und ruhiger erzählte er, dass ihm 20 Pfennig an seinem Reisegeld gefehlt haben und dass er deshalb und weil er überhaupt etwas zu spät nach dem Bahnhof gekommen sitzen geblieben sei. Vielleicht können sie so gut sein, mir den richtigen Weg zu zeigen, auf dem ich heute Abend noch zu Fuß nach Bernberg gelange, sagte er. Das kann ich, sagte die Dame lachend. Der richtige Weg ist hier dieses Schienengleis, auf dem ich in ganz kurzer Zeit mit dir, lieber Junge, im Kurierzug nach der Stadt fahren werde. Auf diese Weise kommen wir noch ein paar Minuten früher als deine Schild, fragte Gotthard noch ganz bestürzt. Das borge ich dir, tröstete die freundliche Dame lachend. Jetzt komm, vielleicht isst du doch ganz schnell ein kleines Abendbrot im Bahnhofssaal mit mir. Zehn Minuten später fuhr die fremde Dame mit Gotthard im Eilzuge ab und Gotthard saß mit ihr allein höchst behaglich in dem mit Sammet vornehm ausgeschlagenen Coupé. Er erzählte von dem heutigen schönen Spaziergang, von der Schule, von seinen Kameraden, zeigte seine Schießprämie und endlich die geliebte Vase, nach deren Anblick er sich förmlich sehnte. Dass er das schöne Stück für sein Mütterchen von seinem Abendbrot Geld gekauft, wollte er natürlich feinstill für sich behalten. Sorgsam und vorsichtig wickelte er seinen Schatz aus dem weichen Papier. Ist das nicht schön? fragte er mit leuchtenden Augen. Das gütige, lächelnde Gesicht der Dame veränderte sich plötzlich. Diese Vase, sagte sie tief aufatmend. O Kind, wenn du wüsstest, woran mich diese Vase erinnert. Hast du sie dir heute gekauft? Oh bitte sag doch, würdest du sie mir wohl ablassen, wenn ich dir eine viel schönere, viel kostbarere dafür Geber. Verwundert schüttelte der Knabe den Kopf. Das ist unmöglich, fasste er wichtig. Und als er sah, wie seine Beschützerin traurig und sehnsuchtsvoll, als sei die Vase wirklich ein köstliches Kleinod auf sie niederschaute, begann er ihr schüchtern und verschämt zu erzählen, wie er überhaupt dazu gekommen war, dieselbe heute zu kaufen. Deine Mutter hat eine solche Vase besessen? Ja, Mama hat sie von einer Freundin bekommen. Cornelia Fersen hieß die. Weiter kam er nicht. Die schöne fremde Dame hatte ihn auf einmal auf den Schoß genommen, lachte und weinte und bedeckte sein Gesicht mit Küssen. Mein kleiner Gotthard, rief sie. Wie wunderbar sind doch Gottes Wege. Durch dich finde ich meine Jenny wieder. Denke dir, die Cornelia Fersen bin ich. Wie wäre es möglich Gotthards Freude und Überraschung zu beschreiben? Jubelnd klatschte er in die Hände. Wie wird sich Mütterchen über dieses Wiedersehen freuen? rief er. Die Dame nahm gleich vom Bahnhof aus einen Wagen und fuhr mit zu Gotthards Mutter. Es fand ein Wiedersehen zwischen den beiden Freundinnen statt, bei dem es an Jubel, an Fragen, an Küssen, aber auch an Tränen nicht fehlte. Cornelie Fersen hatte sehr viel Trauriges in ihrem Leben durchgemacht. Weil sie in der Fremde Lange schwer krank und unglücklich war, hatte sie jahrelang nichts von sich hören lassen. Dann waren ein paar Briefe von Jenny, die inzwischen nach einer anderen Stadt geheiratet hatte, uneröffnet zurückgekommen. Erst nach so langen Jahren hatte sie, jetzt als reiche, glückliche Frau, die alte Heimat wieder aufsuchen können, um endlich den Wohnort ihrer Jugendfreundin auszukundschaften. Dieser Vorsatz hatte sich nun durch die Begegnung mit Gotthard ganz von selbst erfüllt. Wie die Mutter ihrem Herzensjungen für seine sinnige Gabe dankte, könnt ihr euch denken. Er hat es nicht bereut, dass er aus Liebe zu ihr einmal ohne Abendbrot blieb. Der Wildschwan Draußen vor der Stadt lag, wie ein unübersehbares graubraunes Tuch hingebreitet, der Exerzierplatz, auf den von einer Hügelhöhe hernieder die stattlichen Bauten der Kasernen Stadt, das heißt die weit ausgebreiteten Reiter, Ulanen und Schützenkasernen mit ihren blanken Schieferdächern, ihren Türmen und Zinnen stolz herniederblickten. Für Emmy und Lissi, die mit ihren Eltern in einem engen, bescheidenen Vorstadtgässchen in der Nähe wohnten, bedeutete der große Platz mit der fernen, blauen Waldgrenze und der Nachbarschaft, der vielen schlossartigen Gebäude, so viel wie die ganze große freie Welt. Unglaublich Herrliches gab es ja immer frühmorgens auf dem geliebten Platz zu sehen. Die exerzierenden Truppen, die stolzen Reiter auf ihren schönen Pferden, die wehenden Fähnchen, die blitzenden Helmspitzen und Trompeten, manchmal, wenn große Parade war, sogar den König in prachtvoller Uniform auf stolzem Ross und eine ganze Menge Vornehmer mit Orden geschmückter Generäle und andere hohe Herren um ihn her. Die Kinder sahen das alles mit strahlenden Blicken von fern. Sie waren beide blass und zart und sollten viel spazieren gehen. Da der Wald für ihre kleinen Kräfte noch viel zu weit war, ging es eben immer wieder nach dem Exerzierplatz zu. Bald an der Mutter, bald an Gustels, des Dienstmädchens Hand, die noch einen ganz besonderen Spaß bei der Sache hatte. Denn ihr bester Jugendfreund aus dem Heimatdorfe exerzierte mit unter den vielen Hunderten von stocksteifen Rekruten. Aber auch nachmittags, wenn das ganze bunte, abwechslungsreiche Leben wie die Malerei von einer Schiefertafel von dem Platz weggewischt war, blieb noch genug des Schönen übrig. Die Kinder der ganzen Vorstadt spielten dann auf dem weiten Raum Haschen, schwarzer Mann und Ringelreihe. Im Herbst ließen die Jungen ihre Drachen steigen. Leute mit Körben am Arm wanderten die Fläche, aufmerksam suchend auf und ab, denn auf dem Exerzierplatz wuchsen Champignons, würzige Pilze, die man zu einem schönen Mittagsgerichte verwenden oder auf dem Markte gut verkaufen konnte. Dazu ging die Sonne immer so feierlich und blutrot hinter dem feinen Saum des Kieferwäldchens unter und warf ihre Strahlen vergoldend über den ganzen Platz. Die Turmspitzen der Kasernen leuchteten dann in grellem Glanz und vielleicht das schönste von allem war der zarte, rötliche Goldstreif, der quer über den Platz, nach der Kasernenstadt zu durch die Lüfte ging. Der Streif besteht aus lauter Drähten, aus Telegrafen und Telefondrähten, hatte die Mutter den Kindern erklärt. Ein Telefon, bei dem es immer geht, Kling LING LING und dass man dann etwas hineinruft, wobei es zuletzt immer heißt, Schluss, hatten die Kinder beim Kaufmann oft gesehen. Sie wussten, was da hineingesprochen wird, hörten andere Menschen in weiter, weiter Ferne. Und der Telegraf ist auch so ein Fernsprecher. Der lässt einen Botschaften, oft von noch weiter her, sogar in kleinen Briefen zukommen, die Telegramme. Ein solches war ja einmal vom Onkel aus Wien gekommen und darin stand ein Bubi geboren. Und dieses Botschaft geben in die Ferne geht alles durch Drähte von statten. Das hatten die Kinder verstanden. Später sollten sie es noch genauer erklärt bekommen, hatte die Mutter gesagt. Inzwischen freuten sie sich an einem Drahtstreifen, an dem sogar einmal ein kleiner, zappelnder Papierdrachen hängen geblieben war, was sehr lustig aussah. Das war im Herbst bei klarem Sonnenschein und frischem, fröhlichem Wind. Und dieser Herbst sollte den Kindern noch ein anderes, viel größeres und wichtigeres Ereignis bringen. Wandervögel flogen jetzt oft in großen Schwärmen und langen Reihen über den weiten Exerzierplatz weg. Die allgemeine große Herbstreise nach dem warmen Süden, die Flucht vor der Kälte und dem Schnee hatte begonnen. Da kamen die Stare in Haufen, die fast wie Wölkchen aussahen. Die Kraniche flogen in dreieckigen Zügen, immer einem Anführer nach, der die große Truppe zu kommandieren schien. Manchmal sah man auch einen Zug Wildgänse in Zickzacklinien, einen pfeifenden, schnatternden Ton ausstoßend und rascher schwenkend und die Richtung wechselnd als das flingste Rekruten Bataillon. Die Mutter hatte eine gar liebe Art, die Kinder auf alle Eigenarten der Tiere aufmerksam zu machen und ihnen Gewohnheiten und Wesen derselben zu erklären. Sehr wichtig erzählten die Kleinen ihre Weisheit, dann ihrer lieben Guste wieder, die vor lauter Staunen gewöhnlich nichts weiter vorbrachte als »Nee, sowas, sowas gelungenes, man soll's nicht glauben.« Einst sahen die Kleinen, die sich gewöhnt hatten, die Augen oft zum weiten, blauen Himmel aufzuheben, auch wieder einen aus vielleicht zwölf Stück größeren Vögeln bestehenden Schwarm über den Exerzierplatz lenken. Sie machten einander mit lebhaften Wonnen darauf aufmerksam, denn Guste, die sie heute ausführte, hatte nicht Zeit zuzuhören. Sie hatte ihren Jugendfreund, den Rekruten Fritz, der für seine Frau Oberst Champignons suchen musste, getroffen und hatte ihm eine ganze Menge Neues aus dem Dörfchen zu erzählen. Unterdessen flog der Vogelschwarm gerade über den Köpfen von Guste, Fritz, Lissi und Emmy hinweg, so tief, dass man im hellen Abendsonnenschein das Weiß des Gefieders deutlich sehen konnte. Sogar das Rauschen des starken Gefieders hörte man ein wenig. Wildgänse, sagte Lissi mit weißem Gesichtchen. Ja, bestätigte Emmy, aber mit so ganz langen Hälsen. In diesem Augenblick geschah etwas Wunderbares. Es schneite nämlich mitten im Sonnenschein. Weiße, große Flocken taumelten in der Nähe der Kinder herunter. Schnee, Schnee, riefen sie. Aber während sie es riefen, sahen sie schon, dass sie sich geirrt hatten. Die Flocken waren schneeweiße, feine Federn. Ganz Federn, meinte Lissi und sah rasch empor. Was war denn das? Da hing ja etwas Weißes, Großes, zappelndes mitten in der leeren Luft. Nein, nicht in der Luft, an den Drähten, die die Sonne jetzt eben wieder einmal ganz hell und grell bestrahlte. Sieh doch, Guste, schrien die Kinder, aber da hatte das schöne Tier, dessen Flügel sich in den Drahtfelden verfangen hatte, sich schon losgemacht. Es spannte die Schwingen aus, wollte weiterfliegen, aber schwer und matt taumelte es plötzlich vor den Augen der vier Zuschauer in einer Entfernung von etwa hundert Schritt von diesen zur Erde nieder. Natürlich war die ganze Gesellschaft sofort an seiner Seite. Ein Wildschwan, erklärte Fritz. Guste rief, die Hände zusammenschlagend, nur immer, nee, sowas, nee, sowas, während das Tier mit ausgebreiteten Schwingen, den langen, schönen Hals emporreckend, hilflos flatternd, zappelnd und vergebliche Flugversuche machend, am Boden lag. Blut ran in dicken Tropfen von seinem linken Flügel auf die Erde nieder. Der Flügel ist zerschnitten, sagte Fritz, der das sich sträubende Tier mit Mühe untersuchte. So ein armes Tier, mitten auf dem Marsch, auf dem Flug, wollte ich sagen, so ein Malheur. Und die anderen warten nicht mal auf ihn, rief die kleine Lissi empört. Seht mal, seht mal. Alle sahen auf. Weit in der Ferne blitzte jetzt schon der Schwanenzug. So böse, so garstig, schluchzte Emmy ganz außer sich. Auch Guste sagte voll Verachtung. Nein, es ist doch nicht zu glauben, so ein Korps. Nur Fritz ließ sich nicht aufregen und nahm die Wanderer in Schutz. Das Warten würde dem hier auch nicht viel helfen, meinte er ruhig. Mit dem sieht's böse aus, der muss ins Spital. Da gab es ein neues Jammern und Bedauern bei Guste und den Kindern. Aber Fritz meinte, das ist doch gar kein so großes Unglück. Ich war auch schon mal drin und noch dazu im richtigen Soldatenspital wegen Influenza. Da hieß es die grässlichen Pulver nehmen und immer schwitzen. Im Tierspital gibt's sowas nicht. Die Kinder sagten aufatmend, na dann, wo ist's kleinen Töpfergässchen in der Tierarzneischule. Sagte Fritz, ich will mal sehen, ob ich das Tier fortbringe. Komm, armer Kerl, ich mein's gut. Mit Kraft und Geschicklichkeit suchte er das fauchende, flügel schlagende, mit dem schnabel hackende Tier aufzuheben. Es dauerte eine ganze Weile, bis es gelang. Er nahm den Schwan endlich kräftig unter den rechten Arm, ihm so die Flügel festhaltend und hielt mit der linken Hand den Schnabel zusammen. Nun kann's losgehen, sagte er wichtig. Kommt mal mit, dem Blessierten wird nun schon geholfen werden. Guste, trag den Korb mit den Pilzen. Mit großen Schritten marschierte er los. Die Kinder, die fast atemlos Schritt mit ihm zu halten suchten, verwandten kein Auge von ihm und seinem Gefangenen. Ach Fritz, es ist nur ein Glück, dass wir dich haben, seufzte Lissi ihm den Ärmel der Drilljacke streichelnd, mit Bewunderung und Zärtlichkeit. Dem Schwan wurde in der Tierarzneischule wirklich bald geholfen. Aber wie, das tat den Kinderherzen bitter weh. Der Flügel war zu weit durchschnitten, als dass er wieder hätte heilen können. Kurz entschlossen beschloss der Tierarzt, den abgeschnittenen Teil vollends vom Flügel zu trennen. Die Wunde würde ganz heilen, das Tier würde schwimmen können wie früher, nur freilich nicht fliegen, aber das sei ja für einen Schwan gar nicht so nötig. Den Kindern, die die fliegenden Schwäne eben noch hoch in den Lüften gesehen hatten, gab es einen Stich ins Herz. Das schöne, schöne Fliegen nicht nötig. Aber wenn ihr Freund nur sonst gesund blieb, das war auch schon ein Trost. In 14 Tagen könnt ihr euch euren Patienten wieder abholen, sagte der Tierarzt zu den beiden kleinen Mädchen. Emi fragte mit großen strahlenden Blicken, gehört er denn dann uns? Der Mann sagte freundlich, ja, ja. Das gab ein Erzählen, ein Bedauern, und doch zugleich ein Jubeln zu Haus. Als das Erlebnis eben haarklein der Mutter erzählt worden war, kam Papa von dem Baubüro, auf dem er arbeitete, nach Hause. Und nun ging der Bericht vor seinen Ohren natürlich noch einmal von vorn los. Und denkt nur, der Tierdoktor sagt, der Schwan gehörte uns. Wir dürften ihn behalten, hieß es am Schluss. Der Vater sagte, na, weiter nichts, das wäre ja ein reizender Logis-Besuch hier in unserer engen Dreitrepp-Wohnung. Die ist mir für euch, liebe Mäuschen, schon zu klein. Nein, nein, den Schwan lasst mal hübsch im Freien. Die Kinder weinten fast. Aber wo denn, Vater, wo denn, fragten sie ganz kleinlaut. Da müssen wir eben drüber nachdenken. Schlimmstenfalls in der Altstadt im Zoologischen Garten, die nehmen ihn dort schon. Da sehen wir ihn ja aber nie wieder, nie, jammerten Emmy und Lizzie. Sehr selten wenigstens, freilich, gab der Vater zu. Das kostete viele Tränen. Es war ein Glück, dass die Kinder am anderen Morgen auf dem Einkaufsgang mit Guste wieder ihren Freund Fritz trafen, dem sie ihre betrübten Herzen ausschütten konnten. Fritz hörte sehr aufmerksam zu und begriff ihren Kummer vollkommen. Sehr sehr nachdenklich sah er aus. Wenn ich nur wüsste, ob ich's wagte, sagte er langsam. Was denn, was denn, forschten die Kinder. Er meinte sinnend, die Frau Oberst fragen, wonach denn? Nun, ob zwei Schwäne haben wir schon auf dem Teich im Garten und groß ist der Tümpel ja gerade nicht, aber wenn ich ihr sage, dass ihr das Tier so lieb habt, an Oberst Garten könntet ihr doch wenigstens alle Wochen ein paar Mal vorbeigehen und euren Liebling sehen. Auf den Kindergesichtern lag auf einmal wieder der hellste Sonnenschein. Ach ja, Fritz, bitte, bitte tu es doch, das wäre herrlich, baten sie. Da hätte es unser Hans doch gut, wir haben ihn nämlich gestern Abend im Bett noch Hans getauft, den schönen Garten kennen wir, ach bitte doch die Frau Oberst, ja Fritz, willst du's tun? Fritz, der sich gestern so mutig gezeigt, sagte jetzt mit recht verlegenem und furchtsamen Gesicht, ich will sehen, ob ich mich getraue. Glücklicherweise getraute er sich aber doch. Schon am anderen Abend kam er freudestrahlend direkt zu Augusten in die Küche und verkündete, sie hat's erlaubt, ich denke immer, sie ist so grässlich streng, weil der Herr Oberst so streng ist, aber sie hat gelacht und ganz freundlich gesagt, natürlich, natürlich, die kleinen Mädchen müssen dann aber im Frühling auch einmal kommen und ihren Freund besuchen. Das gab einen unendlichen Jubel, als Auguste diese Botschaft ins Wohnzimmer brachte. Hans war also geborgen, Gott sei Dank, und sie sollten ihn in dem Oberstgarten, der ihnen durch das goldene Gitter immer wie ein Märchenland erschienen war, besuchen. Das war eine Wonne, die sich gar nicht auszudenken ließ. Bis zum Frühling war es freilich noch lange, lange, meinten sie dann beide. Aber die Zeit kam doch heran, und eines sonnigen Frühlingstags standen die beiden Kleinen in ihren guten Kleidchen und hübschen Schürzen wirklich hinter dem goldenen Gitter, in lauter Grün und in lauter Fliederduft. Der kleine Weiher, der vor ihnen lag, erschien ihn wie ein großer herrlicher See und auf diesem See schwamm mit anderen Schwänen Hans mit dem gestutzten Flügel. Und die gute Frau Oberst hatte ihnen, nachdem sie sie selbst mit Kuchen und Schokolade bewirtet, eine ganze Schüssel voll Brocken gegeben, um die Tiere zu füttern. Der Hans kriegt aber aus der Schüssel nichts. Dem habe ich mein halbes Frühstücksbrot aufgehoben, das schmeckt ihm natürlich tausendmal besser, sagte die kleine Emmi. Du kennst uns doch noch Hans? Weißt du den noch, wie du aus der Luft fielst und blutetest und wie wir dich retteten mit dem guten Fritz? Ein zierliches Kopfneigen des schönen Tieres schien deutlich zu sagen, gewiss gewiss ihr guten Kinder und ich will es auch niemals vergessen, das zufrieden.